So, wow, wie Trauben hängen es hier. Hier ist auch wieder alles voller Pilz. Ich glaube es ja nicht, das ist ja zum Pflücken. Super geil. Probieren wir hier. Probieren wir hier. Das ist schon ein 50er Tag, ich bin noch nicht oben. Ich habe ein bisschen Hühnangst. Also sie ist fast grün, der Steinpinkel war fast grün. Der geht sicher noch kaputt bis unten. Nein, nein. Nicht gerade. Ich kenne die Hühle. Ja, das gefällt mir schon gut. So, schade. Genau wegen einem gibt es nicht mehr. So, da nachher bitte machen. Wieso nicht? So, da nachher bitte machen. 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 Hä? Aha. Warum auch immer, dass es dort hingegangen ist. Ja, das wäre der letzte Turm. Die Belli-Tobli. Ja, voll easy. Ich bin zufrieden. Das Problem ist jetzt gerade, mit dieser gegenüberliegende Seite. Mit dieser kann ich das gar nicht machen. Dieser Rand. Weil das ist alles im Lava versunken dort. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich kann so fest eine Falsche bauen. Mal schauen. 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 Okay. Das ist einfach nur ein massiver Bergfried. Oder Burgfried, ich weiss es immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. Ich bin zu faul gewesen. Ey, falsch. So, den Dörren. den Dörren. ja, ja, vielleicht zuerst das soll ich machen ich bin ich 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 Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal rasch hoch und nehme mal noch andere Dinge mit, das nehme ich auch mit. Das auch. Nein, das nicht. Das nehme ich mit. Und da brauche ich was. So machen wir das. So, wachtturm, wacht gut. Ja, bei diesem Turm muss mir irgendetwas einfallen. Mit dieser Brücke auch. Das muss ich wiederholen. Existen. Das muss ich wiederholen. Das muss ich wiederholen. Das habe ich übrigens mal gesucht. Da habe ich die Golde eben eingebaut. Dann habe ich dazu gekommen. Ah, das ist so eine geile Strecke. Irgendetwas fehlt noch. Ich muss noch viel mehr Sachen einbauen. Ja. Keine Ahnung was. So Zeug wie das. Ich weiss nicht, ob ich da nochmal eine Linie raushauen und dort hinten nochmal Feuer machen soll. Und hier könnte ich noch etwas spezielles machen. Ich weiß nicht, ob ich die Sitzung mehr so normal ist. Und hier ist das so normal. Und hier ist das so normal. Zuerst mal rauf gehen Dann brauche ich Sugarcane Ich habe ein paar Steinwerkzeuge Die sind eh voll schnell verbraucht Und die berühmt-berüchtigte Garden Hall Ah, so natürlich Hm, da ist Schnee, das scheisse Hm Oder ist das echt egal? Ja, einfach mal testen Ja, das ist ja Ja, das ist ja so